Ich bin wahrscheinlich morgen eiskalt ins Büro gefahren, ey. Vielleicht fällt das doofen Vieh auf mich, genau. Oh, hat aber keinen Schaden gemacht. Ich bin dazu kein Signifikant drin. Das war eben Tod Nummer 3, das war bei Versuch Nummer 4. Ja, schön in die Fresse, ey. Noch mal schön in die Fresse. Ja, ooo. Die Glocken hätte mich jetzt eiskalt killen können, wenn sie die gemacht hätte. Oh fuck. Ich kann sogar die Heavy Attack von ihr übernehmen mit den Laserstrahlen. Und sie hat sich gebufft. Stylish. Wie, muss sie morgen arbeiten oder was, Schwede? Hey, sie hat sich noch gebufft. In dem Alltag kann man auch die Königin wiederbeleben. Wir hunten für die Queen. Hey, haben wir Ebr8? Das ist auch schon mal so. Sehr schön. Kann man sogar einen Aufbegeben. Wir haben die Lubrik-Sword auf plus 10. Mit der Physik-Attack-Up plus 12.6. Mit der Regen-Pot bei plus 2.3. Wir haben die Physik-Attack-Up bei 80%. Und wieder mit der Physik-Attack-Up bei 80%. Wir haben die Blunder-Punkte in Use. Die Sword-Wars 2-Handed, nicht Upgraded. No Jams, nichts. Wir haben die Hunter-Set-Complete. Und wir haben die Physical- Ah, wir haben die Max-Stamina plus 15%. Max-GP plus 10%. Max-Blood-Wise plus 4. Und wir haben die Stamina-Regeneration. Die Hunter-Of-Hunter-Rune. Und wir haben diese Stats. und wir haben diese Mauer. doch einfach als gedacht deswegen hast du nicht mal Zeit zum Joggen und so nein ganz ganz ruhig morgen gar nicht wirklich geplant ein bisschen was zu essen geholt für morgen ansonsten einen freien Tag mal als freien Tag genießen vielleicht wenn ich Lust habe irgendwie komme ich dazu und mache morgen nochmal einen Spaßstream aber wir müssen mal schauen wenn ich Lust habe ein bisschen Farewell good Hunter Farewell good Hunter Meid ja 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 ja